hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel The Walking Dead Snowman Lens hatte man gestern auch schon mal gehabt deswegen schnell weiter Musik anmachen und vollbild ich habe gestern nicht mehr weiter gespielt gehabt Entschuldigung gerade aufgestanden da da muss man alle ohne okay ich glaube so ist es besser ich muss halt auf Stufe 2 mein Funkzett ist auf Stufe 1 ah benötigt Stufe 4 na gut einmal kostenlos ist grau ist grau braucht die Punkte erste Tagesquest fertig einmal ein Gebäude verwässern da ist noch was mit Funken ja ich habe aber nur 1 hm 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 trên ich nicht Einmal. Ne. Überleben. Oh, alle trainieren. Ich sag mal, wir fangen bei den hier an. Trainieren. 10 Minuten. Okay. Kostenlos. Shop. Oh, ja. 5 Leute. Okay. Ja, dann geht es weiter. Ich muss noch ein Gebäude verbessern. Wie lange würde das dauern? Eine Stunde 30 Minuten. Dann nehmen wir erstmal ein anderes Gebäude. Wie lange wird das dauern? 10 Minuten. Und das. 3 Minuten. Verbessert ist. Wird verbessert. Schließe Mission ab. Strich Jäger. Wird nicht machen. 2 Minuten. 10 Minuten. 100 Minuten. 1 Minuten. 2 Minuten. 1 Minuten. 2 Minuten. 2 Minuten. Staten erst mal rein. Okay. So. Mit dem mach ich das auf. So. 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 Eieieieiei. Das wird jetzt zu viel. Ich hab's gleich geschafft. Oh. 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 Gut. Das war nicht perfekt, aber. Geschafft. Weiter. Eine Mission abgeschlossen. Super. Sechs Missionen abschließen. Oh. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja okay das schaffe ich. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Schwierigkeitsstufe vier. Noch vier Missionen. Nur mit zwei darf ich die Runde machen, aber okay. Vielleicht habe ich die falschen genommen. Aber ich hoffe es passt. Ja. 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 So treffe ich beide. Boah, scheiße. Machen die wenig Schaden? Äh, mache ich wenig Schaden? Oder bekommen die wenig Schaden? Oh. Oh. Jawoll! Jetzt gibt es doch eine goldene Truhe. Ich habe schon so, aber der ist Stufe 5. Jetzt kurz gucken. Schlüssel. Entlager gehen. Abholen. Okay. Ich habe sieben. Sieben Leute von sieben. Der ist Level 5. Der ist Level 2. Aber dann brauche ich den nicht mehr. Ich kann sagen, ja, du darfst du brauchst nicht mal kämpfen. Du darfst jetzt abwaschen. Ja. Jetzt habe ich endlich ein Fünfer. Da schicken wir ein zum trainieren. Ich habe eine Fünferung. Ich habe eine Fünferung. Aber das ist ein Fünferung. Ich habe eine Fünferung. Ich habe eine Fünferung. Ach, Shin. Warum hat das so ein schlechtes Messer? Shin 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 Shin. 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 Das Messer macht wirklich mehr Scham wie das. Ah, das ist Level 3. Deswegen. ich schießen. Ah, egal. Dann bleibt halt das schlechte Messer bei dir in der Hand. Und wir gehen weiter zu der nächsten Mission. So. Habe ich die nicht weggesch... Nein. Ah, die ist... Beschäftigt. Pete, Chris und Daryl. Wie erhockt das Ding. Zeit. Okay. 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 ... Okay. ... ... ... ... ... ... ... ... Jupp, da fast noch. Und du machst den da kaputt. Ah, da sind zwei. Ja, und schnell alle nach Hause. Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Oh, eine goldene Truhe ist dabei. Das tut mir immer so wie 25 Gold für drei weitere. Und wenn das Gold ist, wäre es gut. Das ist meistens um 40 Gold. Aber es kann auch was anderes sein. Ein Gegenstand. Es könnte auch sein hier sowas. Solche Scherfsterne oder Futter. Oder Öl. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was soll ich noch machen? Ach, ich mache es. Und? Futter. Oh nein. Scheiße. Egal. Belohnung abholen. Dankeschön. Annehmen. Und da habe ich nur zwei Sterne gekriegt. Achso, ich muss nochmal durchspielen. Auf hart. Erfolge habe ich. Achso, 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 achso. Das ist ein Gold. Yes. Dann noch zwei Missionen. Soll ich probieren hart? Komm, wir probieren es. Soll ich probieren hart? Dann bin ich ab. Das ist nicht egal. Das ist eine Fläche. Dann bin ich wieder weg. Ich werde mit einem dabei ausfüllen. Das ist eine Fläche. Ah, hab ich nicht gemacht, dass er schießt. Mist. Okay, das kein Problem, das geht. Jawohl. Okay, das geht. Das nächste auf Hard, Schwierigkeit 6. Oh, oh, oh. Und das mit Levit 2er Charakter. Okay, dann machen wir erstmal hier hinlaufen. Und schießen auf den. Ah, da gibt's noch. Okay. 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 Oh. 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 Da oben kommt einer. Ne, noch nicht. Ach, wusste ich doch, dass der Neue ist. Und über Ende. Und, und, und. Ach gut. Und, 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 und. Jawoll. Und dann sogar noch perfekte Schaft. Jawoll. So, das waren alle Missionen. Habe ich gestern die Goldkist eigentlich noch aufgemacht? Weiß ich gar nicht. Hm. Okay. Das waren alle Missionen. Alle, alle, alle Missionen. Ich muss auf jeden Fall zusehen, dass meine Leute stärker werden. Oh. Training abgeschlossen. Nice. Nice, nice, nice. Und jetzt äh. Nächsten trainieren. Wir sind ja fertig. Das war eh noch mal trainieren. Und. Ein Haus aufwerten. Wann war jetzt so das hier? Wir haben ja 4000. Zack. Jetzt Verpflegung weg. Bisschen nachgefüllt. Gut. Und hier machen wir. Level 4. Oh. Schön. Schön. Ah. Sally kann die gar nicht nehmen. Da ist Level 4 und sie ist erst. Äh. Sie ist erst Level 2. Ah. Schön. Pete. Das können wir aufwerten. Der hat 3 Sterne, der hat 2 Sterne. Also ist der hier besser zum Verbessern. Okay, nur paar Sekunden. Dann warten wir doch noch mal. Fertig. Noch einer hier. Ne? Gut. Dann gehen wir wieder in die Werkstatt rein. Ah. Der ist immer noch besser. Das kann doch nicht sein. Okay. Das ist. Ich zerstör mal das hier. Das braucht keiner Level 1. Ja. Das habe ich eh genug. Okay. 1-1. Das braucht keiner. Zerlegen. Ah. Zwei besser. Vier und vier. Aber bis sie da sind. Das dauert noch. 5 Minuten vergessen. Gut. Dann. Noch. Ähm. Überlegen. Das. 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 Dann. Oh. turbulm ist so. Was sind diese Marker. Egal. wie nimmt die Marker. Ja, den anderen könnt ihr nicht gebrauchen. 2-2 Wollen wir das nochmal? 1-2 Ah ne Ok Jetzt kurz Überlebende anschauen Grün und Grün So, du hast deine Dienste getan Du darfst jetzt in den Ruhestand gehen und irgendwas anderes machen Vielleicht kannst du die anderen trainieren Dann Und hier kommt das dran Die 3 kann ich aufheben fürs nächste Mal Ah, ich spiele jetzt die 3 aus Wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder spiele Aber ich gucke nur kackt dabei raus Was ich und ich brauche Ja Nein Ja Jee Ja Ja Nee, nee, brauche ich alle nicht, aber was ich auch noch machen könnte wäre, oh, da fehlt mir noch ein bisschen. Ich will wohl besser einen Platz erweitern. Na gut, das dauert dann noch. Drei Überlebende. Jetzt muss ich den hier für neu aufleveln. Was kann man noch hier machen? Also erstmal Erfolge alle abschließen, klar. Profilbild. Nächster Stufe ist 47, 23. Mitglied Bartak, die German. Als Google Playerman, klar. Damit er nicht so einen Speicherstand findet. Und was haben wir noch? Hier können wir die Verstärkung suchen. Ab Stufe 2 sind die auch noch freigeschaltet. Dann kannst du hier drüber solche Marker kriegen, wenn du glaube ich 15 Stück wie bei Glenn hast. Oder, keine Ahnung, 50 von Michong war es glaube ich. Kann CD freischalten. Wechseltasche. Da waren wir noch gar nicht drin. Erzeuger 2. Bedrohung. Also. Vieren Abflängszeit nach Gebrauch. Also. Granate werfen macht Schaden. Und das. Äh. Um dich zu heilen. So. Jetzt hab ich das hier noch. Ah. Jetzt. Jetzt. Da. Macht alles oder keinen Schaden. Ah. Jetzt sind die waren stark dran. Drei Sterne, Zwei Sterne. Wenn wir den in den Müll schmeißen. Zerlegen. Schmeißer den auch in Müll. Der braucht auch keiner. 5 lasse ich erstmal. Ja ok, da muss ich noch warten. 3 3. Verbessern. 10 Sekunden. Da ist noch ein Zombie. Ausrüstung. Perfekt. Was mache ich jetzt? 3 3. Verbessern. 2. Rauschen. Die Sachen. 2. Wir sind an und hier... 6... 10 Minuten... 2, 2, 2, 2... Aber schnell Pete aufwerten... Und hier haben wir noch... Jacob... Verbessern... 3, 3, 1... Den... Lassen wir erstmal... Die beide sind... Sind alle 2... Alle 2... Alle 2... 3, 3... Soll ich die hier mal aufleveln? Ich weiß... Ich glaube die kann ich gar nicht mehr aufleveln... Ne... Geht nicht... 5 Minuten... Und... 5 Minuten... 5 Minuten... 5 Minuten... Na gut... Das war's denn für heute... Ich kann zwar noch vieles aufleveln... Die meisten brauche ich nicht... Aber... Alles ging auch nicht mehr... Habt ihr ja gerade gesehen... Der ist schon fertig aufgelevelt... Der will noch einmal... Ne... auch nicht... Der geht nicht... Und der geht nicht... Ja... Gut... Die beiden gehen nicht... Und... Also den könnte ich noch aufwerten... Aber... Egal... Gut... Das war's denn für heute... Ich werde das Spiel verlassen... Und... Mir mein Ticket abholen... Und hoffe dass ich jetzt mal... Den Computer... Oder die Drohne gewinne... Zwei Headsets... Und ein... 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 Äh... WLAN... Receiver... Habe ich ja schon gewonnen... Nein... Receiver... Nur WLAN... Router... WLAN... Router... So... Okay... Danke fürs Zuschauen... Ich würde mich freuen... Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid... Bis dahin wünsche ich euch... Viel Spaß... Und auf Wiedersehen... Bye Bye...